Hallo und herzlich willkommen zur 205. Sendung. Eine Sendung, die richtig kurz, knapp und knackig werden soll. Was ein bisschen großartig schwierig ist, weil da muss jetzt einfach der Zeigefinger, der Scrollfinger meines Kollegen hier glühen gleich. Das ist die 205. Ausgabe der Satanischen Medienagenda, die immer noch über Christopher Lee in der 25. Folge hängt und immer noch über James Bond und über Ian Fleming und alle möglichen Leute, die da drin hängen. Und dieser Mann ist ein Geheimdienstmensch. Dieser Mensch hat letzten Endes die oder den Segen der Autoritäten bekommen und den Krieg töten zu dürfen. Das hat er so gesagt, dass man im Krieg eben diese Autorität bekommt von den Autoritäten. Und deswegen stürzen wir uns weiter rein, da wo wir letztens aufgehört haben, mit den ganzen geheimen Diensten, die völlig unbiblich sind. Und beim Thema Bibel begrüße ich dann sofort den Jörg auf der anderen Seite der Leitung. Moin, moin. Ach, moin, moin. Stell es mich doch noch vor. Ja gut, ich hatte das PDF schon eingeblendet. Ich wollte ganz besonders schnell sein, weil ich habe dem Michael gebeten, können wir uns ein wenig beilen, um es auf einer Stunde zu halten? Da sagt der Typ doch ganz einfach, ja, du hast doch die Rede die ganze Zeit im letzten Video. Ja, da hat er nicht Unrecht. Und ich werde probieren, mich dieses Mal ein wenig mehr zurückzuhalten. Aber manchmal reißt mich das eben mit und dann meine Leidenschaft geht da mit mir durch und dann kann ich eben meinen Mund nicht mehr halten. Ich fand es eine super interessante Lesung. Die letzte. Diese hier wird sicherlich auch nicht uninteressant. Ich möchte dem Michael viel Erfolg wünschen bei seiner Vorstellung der Fakten, die er hier zusammengetragen hat. Und euch möchte ich viel Erfolg dabei wünschen, all diese Fakten, die er hier zusammengetragen hat, dann gegen das Licht der Bibel zu halten. Und das, was bestehen bleibt, das ist Wahrheit. Und das, was nicht bestehen bleibt, ist Lüge. Und das könnt ihr verwerfen. Behaltet das Gute und verwerft das Schlechte. Dafür braucht ihr die Bibel, um zu wissen, was Gott gut nennt und was Gott schlecht nennt. Und daran müsst ihr alles in dieser Welt messen. Und Michael macht sich hier die Mühe, die Dinge zusammenzutragen und zeigt euch auf, was vom Antichristen kommt, was aus diesem System kommt, was im Grunde schlecht ist und was ihr von daher besser verwerfen sollt. Oder teilweise sagt er auch nur, wie die Dinge wirklich gemeint sind, wo sie euch die wirkliche Meinung gar nicht dazu sagen oder die Bedeutung gar nicht dazu sagen. Und deswegen wird er jetzt anfangen, euch zu erzählen, was es denn heißt. A man called intrepid. Intrepid. Bitteschön, Michael. Der Herr Stevenson, der ja letzten Endes hier eine ganze Menge Gewicht hinter den Kulissen hat, der wird benannt als mystisch oder Realität. Die Menschen zerreißen sich über ihn so ein bisschen das Maul. Allerdings hat Ian Fleming gesagt, nee, also der war meine Blaupause für den James Bond. Und der ist immer noch einer der größten Meisterspione des 20. Jahrhunderts. Also letzten Jahrhunderts, also im Zweiten Weltkrieg und eventuell auch noch danach. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel Lord Dacre, der hat dann gesagt, also das ganze Buch hier über diesen Stevenson, das ist einfach alles nur BS. Das ist alles nur Bullshit, alles völlig nutzlos und Zeitverschwendung. Das ist Geheimdienst, ne? Da wird immer jeder sagen, das stimmt alles gar nicht, das ist alles, man kriegt da nie die Wahrheit raus. Was man dann rauskriegen kann, ist, welche Titel jemand hat, wer mit wem zusammenhängt, wer wo gewesen ist. Und da muss man sich eben seine Sachen dazu denken. Das ist Geheimdienst, ne? Das ist Spionage und Gegenspionage. Wir werden nie hier eine Linie haben, dass wir sagen, okay, das ist total beweisbar. Es geht darum, es ist wichtig zu wissen, was steht hinter der Figur James Bond. Da steht Ian Fleming. Ian Fleming war Geheimdienstmensch. Ian Fleming war verwandt mit Christopher Lee. Christopher Lee war Geheimagent oder im Geheimdienst zumindest gewesen, während des Zweiten Weltkrieges. Und die Blaupause für James Bond war eben der Herr William Stevenson unter anderem. Und der Herr Christopher Lee hat immerhin in einem James Bond gespielt, 1974. Der Mann mit dem goldenen Colt. Auf der nächsten Seite finden wir, dass es da eben Zitate gibt. Beispielsweise, dass der Herr Stevenson gesagt hat, also dem verräterischen Haarpunkt Sohn sollte man die Axt geben. Und Stevenson hat dann gesagt, aber ist schon passiert. Und diesen Menschen, dem es sehr geht, hat man dann später totgefunden. Also es gibt da unschöne Geschichten. Der ist reich geworden übrigens, durch Dosenöffner zu produzieren. Der spätere Schriftsteller Ian Fleming war tief beeindruckt von Stevenson-Fähigkeiten, wie er 1962 der Sunday Times verriet. James Bond sei die romantisierte Version eines Agenten, Stevenson aber sei the real deal. Also das echte Ding. Er hatte seinen Idol im Zweiten Weltkrieg in seiner Funktion als Verbindungsoffizier des britischen Marinegeheimdienstes kennengelernt. Also die Leute kannten sich alle. Und auch Ian Fleming hat Christopher Lee, beziehungsweise umgekehrt, kennengelernt. Dass Christopher Lee natürlich jetzt nachher erzählt, wenn ich richtig im Kopf habe, den habe ich bei einer Kneipe getroffen. Das ist eine andere Geschichte. Aber die kannten sich, definitiv kannten die sich. Geht weiter. Also das Vorbild für James Bond ist William Stevenson im Dienste ihrer Majestät. Majestät kann jetzt alles sein. Der hat übrigens im Jahre 1924 auf der nächsten Seite bei einer Reise nach Berlin einen Kugel leitet. Nämlich der hat in einem Laden ein Exemplar der deutschen Verschlüsselungsmaschine, also eigentlich ein Rüstungsgut, wenn man so will, in Nigma gefunden und hat sie dem britischen Geheimdienst übergeben. Und der hat ihn angeworben und schickte ihn im Zweiten Weltkrieg auf eine lebenswichtige Mission. Das ist offizielle Information. Da stimmt dann 50 Prozent dran garantiert nicht. Also es gibt da kein zufälliges entdecktes Exemplar, sondern der ist garantiert nach Berlin gefahren. Weil da jemanden hatte, der gegen Geld irgendetwas, beispielsweise irgendeiner, der mit der Herstellung dieser Maschine beauftragt war oder was weiß ich. Also man fährt nicht einfach nach Berlin und holt dann eine Verschlüsselungsmaschine. Wer das glaubt, kann das gerne machen. Ich tue das nicht. Enigma ist übrigens der Name der Gruppe, das Projekt ist von Michael Credue, der ehemalige Ehemann von Sandra. Er hatte eben den Codenamen unerschrocken in Tripit und er hatte eben mit Sir Winston Churchill höchstpersönlich zu tun. Und er hatte ihn höchstpersönlich nach USA entsandt. Und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln sollte er versuchen, die USA zum Kriegseintritt zu bewegen. Da musste er einfach eigentlich nur Japanisch sprechen. Und dann hat er eben dann, was hier sehr interessant ist, unten drunter steht in Rot, Roosevelt's Redenschreiber legte Stevenson sogar die Reden des Präsidenten vor, bevor sie gehalten wurden. So, wer kontrolliert jetzt wen? Der Politiker, die Geheimdienstler oder der Geheimdienstler, die Politiker? Das ist nur eine rhetorische Frage. Gut, es gibt noch andere interessante Bücher, wo wir gar nicht jetzt im Laufe der Zeit gar reingehen können, weil das ist immer noch eine Lesung über Christopher Lee und seine unbiblischen Missionen. Hier auf der nächsten Seite beispielsweise Amerikas Schattenkrieger. Wie uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren. Dieses Buch sollte man mal zum unheiligen Geburtstag der Bundeskanzlerin schenken zum Beispiel. Vielleicht hätte man da jetzt noch, könnte man ihr vielleicht damit, aber ist nur eine Idee. Okay, und es werden halt ganz Menge Sachen gemacht, dass man da ganz, ganz fiese Briefe fälscht. Also hier geht es um Fälschung. Ein gefälschter Brief beispielsweise habe ich gefunden. Also das ist alles Lüge, das ist alles Verstoß. Gegen das Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben. Und dann sind auch wieder die üblichen Verdächtigen hier benannt. SAS, Special Air Service. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ich konnte die Seite leider nicht aufmachen. Die hat nicht funktioniert heute. Hat halt alles mit Geheimdiensten zu tun. Interessant ist Folgendes. Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung in den Vereinigten Staaten war allerdings Stevensons Hauptanliegen. Also Propaganda. Dazu installierte er zunächst einen Agenten beim Umfrageinstitut Gallup, der fleißig Umfragegegeben zivilisierte. Eine Sache, die heute völlig undenkbar ist. Oder doch? Bei einigen Zeitungsverlegern musste Stevensons allerdings nachhelfen. Missliebige Politiker wurden systematisch diskreditiert, steht da auf der Seite. Diskreditiert. Manipulierte Fotos zeigten jemanden mit einem Treffen mit amerikanischen Faschisten. Der Ruf des Abgeordneten war fortan ruiniert, weil er durch die Presse, durch den englischen Geheimagenten Stevenson diskreditiert wurde. So funktioniert die ganze Geschichte. Und auch die Miss Moneypenny, die war wohl dann auch schon vorher eine entsprechende Agentin gewesen. Aber nur mal so, es fehlt dazu. Man musste nachhelfen, man musste die öffentliche Meinung frisieren, wie so eine Frisur, dass die dann irgendwie so drei Wetter stafft oder so. Und man diskreditiert die Gegner, manipulierte Fotos und der Ruf war fortan ruiniert. Der stellte sich mal Folgendes vor. In einem Zeitalter der Häuptigen Manipulationen, ich bin da gerade dabei, Sendungen dafür vorzubereiten, was man da alles machen kann. Was man jemandem in den Mund legen kann. Wie man mit Photoshop und Deepfakes und alles. Mittlerweile ist das so, man kann jeden fertig machen mit Ja, wenn man das möchte. Indem man halt einfach sich nur dann irgendwo eine gewisse Software benutzt. Und glaubt mal, jemand, der wirklich in einer hohen Position ist, wo Geld keine Rolle spielt, die haben Möglichkeiten. Ich glaube, da würden diejenigen, die unsere Sendung hier sehen, nach dieser Sendung nicht mehr schlafen können. Gut. Nachdem also die Japaner ohne Vorwarnung, das ist extra grün geschrieben, grün heißt immer stimmt nicht. Weil wenn wir davon ausgehen, dass der amerikanische und englische und alles Geheimdienst gut informiert sind, dann kriegen die auch mit, wenn dann eine Armada von Kriegsschiffen mal ein paar tausend Kilometer, so, die sind dann nicht von jetzt auf gleich. Das ist nicht Raumschiff Enterprise mit Beamen, die brauchen das schon ein paar Tage für. Und das fällt natürlich überhaupt nicht auf, wenn in den Heimathäfen dann plötzlich keine Schiffe mehr liegen. Nein, wo sind die alle hin? Die machen Betriebsausflug, die gehen kegeln auf den Flugzeugträger. Spaß beiseite. Für seine außerordentlichen, außergewöhnlichen Dienste in puncto War Effort, also eigentlich für seine Dienste zum Kriegseintritt, wurde er dann zum Ritter geschlagen durch den König Georg VI im Jahre 1945. New Year Honors, also die Ehrungen zum neuen Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Und Winston Churchill hat dann geschrieben, also der ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Mensch, also Leute, die andere Leute dann fertig machen und lügen und Geheimnisse und so weiter, der ist mir ans Herz gewachsen, dann wissen wir auch, welches Herzchen der Herr Winston Churchill ist. Ich habe ihn nicht schon wieder hier reingeklebt mit seinem verkehrten Victory Sign, was kein Victory Sign ist, sondern ein satanisches Zeichen. Gut, jetzt kriegen wir jetzt hier im Augenblick nichts Neues draus aus dieser nächsten Seite. Deswegen machen wir direkt mal weiter bis zum Kapitel 38 auf der nächsten Seite. Von dem Buch Vatican Assassins von Eric John Phelps. Hier steht drin, der General Reinhard Hillen, den wir in der letzten Sendung schon ausführlich behandelt, eigentlich, der hatte ein Abkommen mit den Amerikanern mit der Operation Sonnenaufgang, Sunrise. Und er hatte dann auch so Unterhändler wie Alan Dulles und William Casey von OSS. Sir William Stevenson, da ist er schon wieder drin. Sir, Sir William Stevenson, ist ja auch geadelt, also geneitet, der Briten und SS-General Karl Wolf. Na, guck mal, die hängen alle zusammen. Also das heißt, auch der Herr Gehlen kannte den Herrn Stevenson. Interessant. Wollte ich nochmal so benennen. Also es sind immer dieselben Verdächtigen, die jetzt hier benannt werden. Also dieselben, die sind gar nicht verdächtig. Die machen irgends andere Menschen verdächtig und lassen die dann liquidieren. Das ist die moderne Form von Töten. Das klingt dann halt einfach besser. Das ist dann schon fast Neusprechen, Liquidieren. Als wenn man dann so irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, so ein Computerspiel. Erst Computerspiel und dann in echt. So, und auch auf der nächsten Geschichte jetzt hier, der sich da kopiert hat, aus der Seite 566 in dem Buch steht hier eben drin, das monströse Heilige Office der Inquisition. Ja, britische und Nazi-Geheimdienste mit Menzies und Schellenberg. Der geheime Krieg gegen die Juden. Es war Menzies, der eben die britischen Truppen dann beaufsichtigt hat, eben den vatikanischen Schwack des Nazi-Schatzes und so weiter dann zu verstecken und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Kollaborationen, Zusammenarbeiten. Und das geht dann auch nicht unbedingt nur durch den Vatikan. Das ist jetzt hier beispielsweise, ist benannt Südamerika. Südamerika heißt übrigens Lateinamerika. Nicht, weil die da Lateinisch sprechen, das tun die da nicht, sondern weil das eben dann halt lateinisiert wurde. Das heißt also, weil vor allen Dingen Leute, deren Ansprache Latein ist, dann da öfter da vorbeigesegelt sind und dann eben dann halt da diese Länder ausgeraubt haben. Man könnte es vielleicht ehrlicher Römisch-Amerika nennen. Das wird es Treffen da bezeichnen. Ja, und da haben wir eben genau diesen Herrn über den Stiegen, sind eben wieder drin. Und auch den SS-General Karl Wolf, der Kopf der Geheimstaatspolizei in Italien. Ja, und hier steht nochmal hier, eben drin, guck mal hier, Operation Barbarossa, benannt nach dem berühmten deutschen Kaiser des römischen, der römischen dritten Kreuzzuges. Also Heiligrömischen Reich deutscher Nation damals. Tausendjährig im Reich. Das ist ja genau das, was hat der Hitler noch einmal erzählt? Tausend Jahre? Ich meine, er hat zum Glück nur zwölf Jahre durchgehalten, aber tausend Jahre war so Doktrin damals. Das kam wohl, entweder ist es in der Bibel gemeint, dann ist es aber natürlich absolut blasphemisch. Da stellt man sich auf eine Stufe mit dem Königreich Jesu Christi. Oder aber nach tausend Jahren muss Satan wieder herausgelassen werden. Dann hätte er aber noch tausend Jahre warten müssen, weil der Herr Hitler war auf jeden Fall kein Christ. Und der Herr Erich von Phelps hat eben hier benannt, dass Stalin und Hitler eben zusammengearbeitet haben, dass sie eben dann Konkordate bekamen mit, zusammen mit dem Papst. Also ich sage nochmal, bevor wir jetzt hier das ganze Buch zerpflücken und immer nur so ein paar Happen durch die Gegend schmeißen, wenn euch diese Sachen wirklich interessieren, kann dieses Buch eine ganze Menge interessanter Namen nennen, wo man dann weitergucken kann. Dafür brauchen wir die Sendung jetzt hier nicht. Hier steht auch Ante Pavelitsch drin und so weiter. Also hier sind Sachen drin, wo schon Sendungen drüber gelaufen sind. Ich sage nur mal eins als Stichwortgeber, dass dieses Buch Gold wert. Um eben Rommel als Protestant von der alliierten Invasion in der Normandai fernzuhalten, wurde er eben dann nach Berlin zurückgeordert und durch die SS ermordet. Interessante Fakten mal hier zu nennen. Das ist ja lebendige deutsche Geschichte. Man muss den nicht idolisieren. Das tun wir jetzt überhaupt nicht. Es ist nur wichtig zu sehen, dass nichts durch Zufall passiert. Und dafür ist dieses Buch eben gut. Ja, wenn man nur eingibt in der Suchfunktion, die man ja online als PDF ja ganz, ganz easy haben kann, den Herrn Stevenson, dann kommt man dann plötzlich auf Zusammenhänge zwischen den einzelnen Geheimdiensten, die höchst interessant sind. Dann sieht man nämlich plötzlich Verbindungen zwischen dem britischen, amerikanischen und Minimum dem sowjetischen Geheimdienst. Und wir sind aber noch nicht mal zu den ganzen anderen Sachen hier gesprungen. Kanadisch, französisch, italienisch, deutsch und so weiter. Auch die deutschen Geheimdienste. Weil wenn wir hier sprechen über Gehlen und Schellenberg, dann sprechen wir über deutsche Geheimdienste. Das heißt, die Geheimdienste arbeiten alle zusammen. Auf dem Niveau da oben arbeiten die alle zusammen. Das ist das, was man mal wirklich verstehen muss. Uns wird da Theater vorgespielt. Aber hier arbeiten Amerikaner, Engländer, Russen, Deutsche, Israelis, um das jetzt mal auf die heutige Zeit zu übertragen, alle zusammen. Und auch die muslimischen Länder, die vom Islam regiert sind. Die auch mit ihren Geheimorganisationen, mit ihren Geheimdiensten, die arbeiten genauso damit zusammen. Das ist genau das, was ich in der letzten Sendung gesagt habe. Geht da nochmal zurück, wo ich sagte, dass die alle da im Vatikan, im Zweiten Weltkrieg ihre Vertreter hatten. Und das haben sie heute noch in Friedenszeiten. Was meint ihr denn, was der Francis Rooney da alles zusammengeschrieben hat in seinem Buch The Global Vatican? Das hat einen Grund, dass ich euch das Buch immer empfehle. Ja, das Buch selber nicht, auf gar keinen Fall. Aber die Lesung von Tom Fress von dem Buch. Ja, ich bin wieder ruhig. Ja, ja, ist gut. Ich wollte es halt einfach nur mal benennen. Also als Stichwortgeber ist dieses Buch also absolut toll. Wenn man jetzt wirklich mal sich überlegt, und da mal nur ein paar Rosinen rauspickt, steht ja beispielsweise drin, Alan Dulles war absolut federführend beim Arrangieren zusammen mit dem Herrn Gelen und dem General Heinrich Müller, die sich mit dem Herrn Dulles in der Schweiz getroffen haben. Warum haben die sich wohl in der Schweiz getroffen? Weil da viel Schnee lag und die Ski fahren wollten? Weil die sich ausspannen wollten irgendwo? Oh nein! Die haben sich in der Schweiz getroffen, weil in der Schweiz halt einfach nicht so weit war, als wenn man nach Rom gefahren ist. Man konnte sich ein bisschen abkürzen, weil die Schweiz hier hat unheimlich viele schöne Kurorte. Und da haben wir auch einen davon schon benannt, in so sieben, acht Folgen vorher. Das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen. Wir müssen ja nicht wieder alles von vorne benennen. Nur mal dazu. Also alles arbeitet dann irgendwo zusammen. Und der Herr Alan Dulles, der war nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg berühmt, oder soll man sagen berüchtigt, wenn man sich mal überlegt, sagen wir mal ein Stichwort, John F. Kennedy. Vietnam, why did we go? Oder so. In dem Buch kommt er auch sehr viel vor. Überall. Unglaublich viel mit zu tun. Überall, ja. Alan Dulles und John Foster Dulles. Ja. Die Dulles-Brüder. Was ganz schlechter jetzt schlimmer ist. Beides Malteser-Ritter, also beide gleich. Ja, ja, eben, eben. Das ist wirklich, also es ist wirklich so, dass hier britisch schon russische Geheimdienste kollaborieren mit Menzies, Philly und Tokul, also die haben alle miteinander zu tun. Das ist das, was du sagst. Und unten drunter ist noch jemand, den wir eigentlich überhaupt nicht hier sehen wollen. Weil jedes Mal, wenn ich den sehe, dann, oh. Ah, der Jesuitenpriester werden wollte. Da steht es auch drin, er wollte eigentlich Priester werden, ne? Aber er ist halt, genau. Das ist wirklich so, also das, er wollte nicht einfach Priester der römisch-katholischen Kirche werden, ne? Er wollte Jesuitenpriester werden. Weil er wurde von Jesuiten ausgebildet, bildet. Ne? Ja. Ja. Ja, und auch dieser Mann, der hat halt letzten Endes so eine ganze Menge Leid über die Menschheit gebracht, ne? Kann man ja nicht anders sagen, ne? Und ich will jetzt auch gar nicht... Der wird sicher das Buch von Edward Bernays gelesen haben, ne? Ja, das kommt in meiner Lesung vor. Deswegen will ich mich da gar nicht großartig darüber eingehen. Okay. Dann fällt schon wieder still. Ich will das einfach nur mal benennen, damit man sieht, also es sind nicht immer die Nasen, die uns jetzt im Fernsehen präsentiert werden mit der 600. Sendung über Stalin und über Churchill. Nein, es sind die Leute, die dahinter stehen, die eigentlich diejenigen sind, die die ganze Verbindung machen. Die anderen, die rauchen da halt einfach nur vor der Kamera. Ne? So wie Helmut Schmidt. Ja? Aber auch ein Helmut Schmidt ist ein Geheimnisträger und auch ein Helmut Schmidt war mit vielen mächtigen Menschen zusammen. Deswegen heißt er sein Buch Menschen und Mächte. Und die heißen nicht Männer und Tiere oder sowas oder Männer und Frauen. Das hat ihn alles nicht so großartig interessiert, ne? Vor allem, wenn man überlegt, wie er dann auch noch seine Frau genannt hat, ne? Also, äh, naja, Loki, ne? Guckt mal, schaut euch da mal an, wenn ihr Lust habt, schaut euch da mal an, wofür eigentlich der Name Loki steht. Aber gut, gehen wir weiter. Also, wir haben ja hier auch eine ganze Menge geheime Sachen, die in dem dritten Reich da passiert sind, logischerweise. Und wir verlassen auch den Herrn Goebbels sofort, weil, wie gesagt, da kommt noch eine andere Geschichte dazu. Und der Herr Goebbels hat letzten Endes dann auch noch interessante Zitate gewonnen. Aber wie gesagt, da kommt bald etwas. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich schon raus, wenn diese Sendung hier endlich mal kommt. Also, wie gesagt, das sind die Leute, die also ganz, ganz, ganz viel Propaganda und Propaganda heißt letzten Endes nichts anderes als den, den Leute auf irgendetwas vorbereiten. Das ist eigentlich das, was der Herr Stevenson in den USA gemacht hat, mit seiner Propaganda. Das hatte Herr Goebbels in Deutschland gemacht, wenn man mal so will. Und natürlich, klar ist der als Reichspropagandaminister natürlich dann auch Geheimnisträger. Da ist auch dann direkt schon benannt. Kommen wir dann mal zurück zu dem Ian Fleming. Ian Fleming hat beispielsweise auch verschiedenste Titel beigesteuert, nicht nur die Romane. Die Romane sind also dann tatsächlich teilweise nach seinen Titeln dann auch dann wirklich so verfilmt worden. In den letzten Kriegsjahren verbrachte er im Zuge einer Militärkonferenz offiziell etwas Zeit auf Jamaika und war von der Landschaft beeindruckt. Er erwarb ein Strandgutsstück, entwarf ein Haus und nannte es Goldeneye. Und hier arbeitete er an Plänen zur Entführung von Martin Bowman, sagt die Quelle Christopher Creighton Operation James Bond, das letzte große Geheimnis des Zweiten Weltkriegs. Die Operation James Bond. Martin Bowman, der dann eben geheim transportiert werden sollte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und er ist so ein bisschen negativ benannt worden. Er hat einen Sohn bekommen mit jemandem. Was kommt jetzt? Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt kommt der. Jetzt hat er was gefunden. Ja, ich wollte mal kurz euch etwas zeigen, weil du sagtest mit Bowman, da gehst du nicht weiter ein. Ich meine, dass ich da etwas habe. Ich bin aber nicht sicher. Ja, ich war halt recht überrascht, dass ich da in einem Video über Ian Fleming was über Bowman gefunden habe. Jesuitenvater Martin Adolf Bormann. Ja, das ist aber nicht derselbe. Das ist er hier. Ja. Das ist Martin Bormann, den wir kennen. Genau. Und der Hitlergabe. Das ist der Jesuitenvater. Das heißt, der ist... Das ist der Sohn. Das ist der Sohn von ihm. Das ist der Vater von dem. Ja. Der hier ist der Vater von dem. Genau. Und in diesem Papier stehen so ein paar Dinge drin, die... die Flucht von Hitler und Bormann nach... über Argentinien, nach Chile wiedergeben. Und wo dann sogar drinsteht, dass Hitler hier noch eine ganze Zeit lang gelebt haben soll. Was da wirklich wahr von ist, da distanziere ich mich ein wenig von, ja, muss ich mal ehrlich sagen, dass Hitler 109 Jahre wurde. Wo er so gesund aussah in den letzten Erfüllwochen. Also, immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich wollte nur mal gerade sagen, weil es jetzt gerade über den Bormann geht, ist natürlich schon interessant, dass wir hier eben das haben, Vater Martin Adolf Bormann Sociedad Jesus. Ein Jesuit. Das heißt, dieser Bormann, der steht im Rampenlicht, den kennt ihr, und der, den kennt kein Schwein. Und das ist aber der, der Jesuit ist und der die wirkliche Macht hat. Das wollte ich nur mal eben zeigen mit dieser Sache. Deswegen habe ich dieses Papier hier auch noch mit aufbewahrt. Und so ist es mit Himmler auch. Obwohl es jetzt ganz viele Quellen geben, die sagen von, ja, aber den Jesuiten hätte er es gar nicht gegeben. Im Jahre 2013 ist der auch schon verstorben, der Sohn von ihm. Der war der älteste von zehn Kindern von Martin Bormann. Und der Patensohn von Adolf Hitler, nachdem er auch benannt wurde. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich das alles halt anguckt, ich halte von dieser Flucht von Hitler jetzt nicht allzu viel, aber der Punkt ist, man sollte immer kritisch sein, auch gegenüber Aufklärungssendungen und sogenannten alternativen Medien. Man muss immer seine eigene Recherche machen, weil wir reden jetzt hier von wirklich von ganz, ganz prekären Sachen. Wir haben ja letzten Endes auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwelche Leute zu interviewen, die vielleicht 100 Jahre alt sind oder nach Argentinien zu fahren oder irgendwelche anderen. Man sollte immer mit Abstand die Sachen behalten, aber man sollte wirklich sehen, dass es ein allumspannendes Netzwerk gibt von Geheimdiensten, die dann leider auch diese Sendung sehen. Der Punkt ist eben, ob Hitler jetzt mit Burman oder was auch immer über die Vatikanischen Rattenlinien über Argentinien nach Chile entkommen ist oder nicht. Das lassen wir jetzt mal in der Mitte dargestellt. Da haben weder Michael noch ich die Beweise für und da wir hier unter dem Titel Stunde der Wahrheit rapportieren, möchten wir ja keine Unwahrheit sagen, aber wir stellen das mal als Möglichkeit dar, weil, dass es diese Rattenlinien Rattenlinien gegeben hat, das ist ein Fakt, den niemand abstreiten kann. Da sind viele, viele Bücher drüber geschrieben, ja, über die Vatikanischen Rattenlinien, über die andere Organisation, die sich Operation Büroklammer nennt oder Operation Paperclip, wie ihr das kennt, ja, wo man viele, viele Kriegsverbrecher aus Deutschland und anderen europäischen Ländern abgezogen hat, in die Vereinigten Staaten oder eben auch nach Südamerika. Das ist alles ein Fakt, den man nicht von der Hand weisen kann. Ob auch tatsächlich Buhlmann und Hitler diese Rattenlinien gebraucht haben und zu entkommen, das würde ich als möglich bezeichnen, aber nicht als Wahrheit jemals irgendwo verkünden. Aber es ist ganz sicher im Bereich des Möglichen, weil viele Leute, die sich bei den Jesuiten wirklich verdient gemacht haben, werden auch mit einer Rente wirklich belohnt. Da gibt es auch andere Beweise von. Das war eben dazu. Es geht ja auch immer um den Punkt, dass man wirklich sieht, dass Geheimdienste letzten Endes Möglichkeiten haben, Dinge verschwinden zu lassen, Beweise auch verschwinden zu lassen. Da hast du gar keine Chance. Das ist deren Job. Ja, da kommst du als normaler Mensch nie hinter. Ja, genau. Da kannst du nichts beweisen und da kommst du jetzt auch nach 80 Jahren auch mit Internet und mit schnellsten Computer der Welt nicht hinter. Nur, der Punkt ist der, wir reden hier die ganze Zeit von Leuten, die nach außen hin Schriftsteller sind. Der Infemming nach außen hin wird jeder sagen, er ist ein Schriftsteller. Nein, das ist ein Geheimdienstträger. Wenn sonst jemand sagt, ja gut, Francis Rooney, das ist ein Schriftsteller und ein Politiker. Nein, der ist Geheimdienstträger, weil er Botschafter gewesen ist. Wenn jemand sagt, Christopher Lee ist ein Schauspieler, nein, der ist bis zu seinem Tod Geheimdienstträger gewesen. Das sind Leute, die viel mehr wissen, als die sagen. Und es sind Leute, die dafür bezahlt worden sind, dass die mehr wissen und auch dafür bezahlt worden sind, dass sie den Mund halten. Das ist das Thema. Natürlich gibt es auch Dinge, die wir vielleicht jetzt hier nicht sagen, weil wir halt sagen, wir wollen uns da jetzt nicht in den, aber im Endeffekt werden wir dafür angehalten, in diesem Leben die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist sehr schwer herauszufinden bei so vielen Lügen dieser Welt. Es geht sich einfach nur darum, dass man sieht, alle Geheimdienste der Welt müssen unchristlich sein. Egal, ob man da ein Kreuzritter-Emblem hat oder nicht, die müssen unchristlich sein, weil sie gegen die Bibel sind, weil letzten Endes nichts geheim bleibt. Und wenn man ein Geheimnis hat vor jemandem, ja, dann hat man ein Problem. Und eben, weil wir in diesem Antichristensystem leben, ist es so wichtig, sich mit der Bibel vertrauen zu machen und die Bibel zu lesen, weil nur da steht die Wahrheit drin. Dieses PDF, was ich euch gerade eben gezeigt habe von Bormann und Hitler mit der Idee, dass Hitler und Bormann da über Argentinien nach Chile ausgewandert sind und Hitler, was weiß ich, wie viele Kinder da noch gekriegt hat. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, Angela Merkel, seine Tochter von Adolf Hitler, solche Dinge. Oder von Bush oder was. Ja, also, na gut. Da wollen wir gar nicht drauf aus. Lass mich kurz ausreden, dann kannst du ja gleich weitermachen. Der Punkt ist doch, wir können euch hier erzählen, was wir wollen, mehr oder weniger. Wir können selbst Fakten anholen oder Dinge anholen, wo man sagen kann, schaut da mal nach. Das und das ist richtig, das hat es gegeben, die Vatikanischen Rattelinien. Wir können nicht sagen, mit bestimmter Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit, die und die Menschen waren da drauf, wenn es nicht irgendwo verbrieft ist, wenn es nicht irgendwo darüber verlässliche Dokumente gibt, die auch auf eine verlässliche Art und Weise zugänglich sind und das sind sie uns nicht, weder Michael noch mir. Aber zum Beispiel Menschen wie Uki Goni, die ich im letzten Buch erwähnt habe, der hat Archive gesehen, eingesehen, wirklich Archive eingesehen, der hat die wirklichen Dokumente gesehen. Das hat der, als er in seinem Buch schreibt, das hat Hand und Fuß. Glaubt mir das. Ich habe das Buch gelesen. Könnt ihr auch tun. Und ihr könnt die Quellen nachgehen. Ihr könnt nicht nur sehen, welche Quellen er aufführt. Ihr könnt die Quellen auch kontrollieren, sofern ihr das könnt, dass es diese Orte gibt, dass es die Papiere dort gibt. Ob ihr die Papiere auch selber einsehen könnt, das weiß ich nicht. Da müsst ihr Berechtigung wahrscheinlich für haben oder was auch immer. Muss man zugelassen für werden. Aber das sind alles rechtmäßig angeführte Quellen. Der Punkt ist nur, und das ist der Punkt, den Michael ganz kurz angeführt hat, den ich noch ganz kurz ein wenig ausweiten möchte, weil das wir auch nicht zu lange machen, dass wir damit hinkommen, dass wir verstehen, dass was immer uns in dieser Welt gesagt oder gezeigt wird, selbst wenn man es mit Fakten oder Quellen nachweisen kann, es kann immer eine gefälschte Quelle sein. Schaut, wenn ich euch sage, das und das Dokument, das liegt da und da in dem und dem Archiv, dann ist das durchaus möglich, dass das da liegt. Aber will das darum sagen, dass es deswegen auch ein wirkliches Dokument ist? Ich gebe mal ein Beispiel. Ihr erinnert euch sicher an den Brief, den so gesagt der höchste Freimaurer in Amerika, Albert Pike, mit dem Manzini geschrieben hat, wo es angeblich um drei Weltkriege geht. Also wenn ihr wirklich glaubt, wenn ihr wirklich noch so einfältig seid, dass solche Information so öffentlich zugänglich ist, wenn sie denn wahr ist, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Große Züge, grobe Züge von diesem Brief sind richtig, das stimmt. Und man muss immer den Menschen ein kleines bisschen Wahrheit geben und da viel Lüge mit einkleiden, weil aufgrund der kleinen Wahrheit darin schlucken sie die große Lüge dabei. Das ist genau wie wenn man angeln geht. Ich bin selbst nie angeln gegangen, aber da hängt man ja irgendwie so einen Blinker da rein und der Fisch denkt von, oh guck mal, da ist was Leckeres. Weil das Kleine da lecker ist oder der denkt, das Kleine ist lecker, fange ich das Große, ich fange den Fisch damit und so machen die das auch. Und das Einzige, wo wirklich Wahrheit drinsteht, wo ihr drauf bauen könnt, nicht wie LBS da oder Schwäbisch Hall oder was, wo ihr wirklich drauf bauen könnt, das ist der Fels, der Jesus Christus ist, der die einzige Wahrheit ist und die findet man in der Bibel. Das ist, wo wir wirklich drauf vertrauen können. Alles andere in dieser Welt ist Lüge. Traue keinem Menschen. Trau nicht Michael, trau nicht mir, außer du kannst es verifizieren und an der Wahrheit messen. Und die Wahrheit ist die Bibel. Und wenn das, was wir sagen, an der Bibel gemessen standhält, dann ist es wahr. Und wenn es nicht standhält, dann verwerft es. Wir sind auch nur Menschen. Auch wir können uns irren. Und wir wollen euch nicht auf verkehrte Pfade leiten. Wir wollen euch nicht auf verkehrte Wege führen. Wir wollen euch deutlich machen, dass diese ganzen Untersuchungen in diesem System und gerade das Thema, wo Michael jetzt mit beschäftigt ist, Geheimdienste, ein so schwieriges und undurchsichtiges Thema ist, da kann man nie die ganze Wahrheit reinbringen. Darum sind es eben Geheimdienste. Die Brunnen sind gar nicht uns zugänglich. Und wenn es diese Brunnen gibt, dann ist noch immer die Frage von, wie echt sind diese Brunnen? Wie echt ist dieser Brief von Manzini, der so gesagt in dem Britischen Museum ausgelegen hat? Ja? Wie echt sind diese Dinge wirklich? Da kann ich euch keine Antwort drauf geben. Da kann euch nur einer die Antwort drauf geben. Das ist der Herr Jesus Christus, der wiederkommen wird und dann diese ganze Lügenwelt mit seinem Erscheinen zerstören wird. Und das ist etwas, wo wir nach ausgucken sollten. So, jetzt habe ich dir wieder fünf Minuten geklaut. Michael, hängen Sie hinten dran. Tut mir leid, aber das muss nicht jetzt nochmal loswerden. Gut. Auch wenn man hier beispielsweise in der normalen Biografie sieht, vorwegen, ja, der hätte eine Neigung zum Spanking gehabt und Sadomasochistisch veranlaget und der und der und das. Es muss alles nicht wahr sein. Es kann wahr sein, weil vor allen Dingen der James Bond immer irgendwie gequält wird in dem Film. Aber das sind nicht die Themen, die wirklich wichtig sind. Schaut mal, es gibt andere Dinge, wenn man sich Biografien anguckt, wo man dann andere Merkwürdigkeiten sieht. Man kriegt ja in der Bibel den Satz gesagt oder den Rat gegeben von Jesus selber. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Gucken wir uns doch mal ein paar Früchte an von Ian Fleming. Ich kann zum Beispiel sagen, dass der Herr Brokkoli, der Filmproduzent, der so einen lustigen Namen hat, dass der katholisch bestattet worden ist. Und jetzt hier beispielsweise die Anne Fleming, die ihn geheiratet hat, sonst hießen sie ja nicht so, das ist die Dame da, die hat ihn wirklich geheiratet, nachdem Ian Fleming auch sehr, sehr mutterbezogen war. Das ist eine Tatsache, die überall irgendwie so rauskommt. Die ist adelig gewesen. Die ist adelig gewesen, deswegen, weil sie vorher einen Lord geheiratet hat. Da steht er unten drunter. Und zwar hatte sie verschiedene Affären gehabt und sie hat auch einen Lord geheiratet. Sie ist Lady O'Neill und Wisconsin's Rothermere, also Lord Rothermere geheiratet. Einen Briten, logischerweise. Und deswegen hat er, als er sie geheiratet hat, dann quasi auch eine Adelige geheiratet. Also guck mal hier, Adel verpflichtet. Und die war sehr, sehr beschäftigt, die Frau. Und das ist jetzt sehr, sehr wohlwollend gemeint. Und ihr Ehemann wurde ermordet während des Krieges im Jahre 1944, während des Dienstes. Und sie hat dann den Lord Rothermere 1945 geheiratet. Und sie hatten dann so einige, naja, also einige großen Bekanntenkreise und so weiter. Und Ian Fleming steht dann eben dann da, hat eben dann die Navy verlassen und wurde ein Journalist der Sunday Times. Und der hat dann eben in Golden Eye auf Jamaika hat er dann eben seine ganzen Urlaub und alles verbracht. Und 1951 ist sie dann eben dann geschieden worden von dem Lord Rothermere. Da erzählt man sich, das wäre ein, er wäre homosexuell gewesen, das wäre halt nur ein Cover gewesen, kann man alles nicht beweisen. Interessant gibt es hier eine Biografie auf YouTube, die heißt Ian Fleming Biography James Bond Author. 1948 hat eben die Affäre zwischen den beiden, wo sie noch verheiratet war mit dem Lord Rothermere, der ja angeblich homosexuell war, nahm diese Affäre eine ernste und tragische Wendung. Dann wurde sie nämlich dann angeblich schwanger mit seinem Kind, währenddessen sie noch verheiratet war, mit einem Lord. Und sein Kind, sagt dieser, ist dann hier beerdigt worden. Und genau in diesem Moment kommt ein IHS-Grab der Jesuiten. Das habe ich extra hier reinkopiert, habe ich mir gedacht, da wird sich der Jörg bestimmt freuen, wenn das kommt. Das ist hier nicht benannt, warum es so ist. Aber ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass bei den ganzen Grabmälern, die da wahrscheinlich auf irgendeinem beliebigen Friedhof gezeigt werden, ausgerechnet dann da ein IHS-Schriftzug kommt. Also zumindest wird hier benannt, dass seine Frau nicht so ganz sauber ist. Und der Lord Rothermere hat wohl gedacht, das wäre sein Kind, was aber dann letzten Endes dann heißen würde, dass er eben nicht homosexuell war. Und vier Jahre später war dann eben die Anne angeblich wieder schwanger mit seinem Kind. Aber ich möchte jetzt hier nicht auf Gala-Niveau enden oder weitermachen. Aber nur mal als Beispiel. Denn in diesem Jahr, vier Jahre später, war sie dann eben dann schwanger mit dem Kind von Ian. Und deswegen nochmal dieses Bild, weil es eben so interessant ist, dass es dann also, das Kind heißt dann auch noch Caspar und sie haben dann eben dann geheiratet. Also das heißt, sie war schon schwanger, als sie geheiratet haben. Also die mussten heiraten, hätte meine Mutter wieder gesagt. Und meine Oma hätte auch direkt gesagt, die müssen heiraten. Und naja gut, also da waren halt einiges auch durcheinander. Also wenn er jetzt schon eine Affäre hat mit einer verheirateten Frau eines Lords, da waren ganz schön mutig. Das ist übrigens ein Grab hier. Es gibt eben Leute, die wollen die Weltherrschaft. Und das ist das Grab von Ian Fleming. Auch mal interessant, so ein Grab. Nicht, dass ihr meint, der wäre jetzt die ganze Zeit in Ägypten gewesen oder so, aber ich finde das schon interessant, wenn man so einen Grabstein hat, dann ist man schon außergewöhnlich. Und normalerweise wollen immer die Menschen in den Filmen von Ian Fleming immer die Weltherrschaft. Und mit so einem Stein, das sieht schon aus wie so eine Rakete. Genau. Da haben wir zum Ja, das kommt auf den Namen. Lorbeerkranz. Lorbeerkranz. Ja, Lorbeerkranz. Das ist ja nun, wir haben den Obelisken, der vom Ursprung her ägyptisch ist und dann haben wir den Lorbeerkranz, der römisch ist. Ja. Genau. Und wir hatten IHS-Grab. Also wir hatten eigentlich wirklich alles zusammen, was wir haben, was wir sehen wollen. Ja. Und one of my Bibles out here is Bonds, Birds of West Indies. Also das ist angeblich dieses Buch, wo er dann eben den James Bond James Bond benannt hat. Und deswegen benennt man dann natürlich dann auch James Bond nach einem Ornithologen. Wenn man also irgendwie einen Vogel hat, dann hat man da den Größten. Auf jeden Fall war eben der Christopher Lee der Cousin von Ian Fleming. und der hat dann eben auch, darf man nicht vergessen, sind beides Engländer gewesen. Beide Geheimdienst. Und noch Verwandt. Schadet ja nicht. Ob er da gebetet hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er da gewohnt hat. Zumindest sagt das eben dann die Geschichte. Hier seht ihr, damit er jetzt mal ein bisschen aufgeflockter wird, weil ihr wisst ja jetzt letzten Endes, warum der Herr Christopher Lee bei James Bond gespielt hat. Mein Volta hat einem zu seinem verblichenden Konzern auch nochmal einen Gefallen tun und gesagt, Mensch, das ist eine richtige Comedy-Rolle für mich als Bösewicht. Das ist jetzt hier aus diesem Video, wo ich euch letztens den ersten Teil gezeigt habe, wo der Herr Christopher Lee eben bei der Nennung des Geheimdienstes dann so plötzlich gesagt hat, oh, ich muss jetzt aufpassen, Hände vors Gesicht und blöde, nicht jetzt irgendetwas verraten. Das ist aus dieser Sendung, das ist niemand anderes als Sammy Davis und zwar der Junior. Der ist ganz bekannt, diesen Red Pack, wo auch der Frank Sinatra, der nicht umsonst diese ganzen Verbindungen zur Mafia hat, Mob, ja, und dieser Sammy Davis Jr. hat zusammen mit dem Christopher Lee gespielt und zwar nicht gerade ein sehr erfolgreicher Film, das sollte eigentlich eine Serie geben, das hat es aber nicht dafür gereicht. Dieser Pilotfilm, der dann auch ein Pilot geblieben ist und der dann quasi abgestürzt ist, heißt nichts anderes als Armer Teufel, zu Deutsch, nein, zu Englisch Poor Devil. Seht ihr auf dem nächsten Bild. So, und jetzt ratet doch mal, ja, dass diese Geste dann schon ein bisschen älter ist und dieser Pilot, der kommt aus den 70ern, was man daran erkennt, dass die beiden sich super verstehen, ich blende auch jetzt mal dieses Video gleich ein, wenn ich dran denke, dass ihr dann seht, guckt mal, die beiden, die kennen sich, die grüßen sich, die mögen sich und nicht umsonst machen die auch genau dieselbe Handbewegung. dann guckt man euch immer das an. Get away from me! From that moment on, you're on your way and it's in that picture too that you first make friends with another star of the horror movie scene who offstage often greets you in this style, Dracula. This is where Peter gets the last laugh. The film Dracula, the first of a series of Six Hammer films about the famous vampire but let's not forget that after that scene the vampires have their good times too. In 1972, you're invited to America to share a star billing on television with one of the greatest performers in the world and though he couldn't make the journey to England tonight, we can hear now just how he feels about Christopher Lee. Sammy Davis Jr. Hi Chris. It's kind of nice to be here and at home for a change. A home that you and your wife and daughter have visited so often. It gives me a chance to just say they couldn't have picked a better cat to say this is your life too. I wish I could have been with you but you know my schedule is always hectic. This week, however, I'm only doing eight days in the one week so it's very slow. For you nice viewers who may be watching this, let me tell you that I love that man very, very much. The man that you're honoring tonight. I am a fan and as a friend he and his family have been very close to my wife and my family and myself. So until we meet again, Chris, which I hope will be very soon, keep writing that story that we're going to do eventually together and to show you that I'm prepared, dig. Thank you, Sunnydale Studio. Today, Chris, with 128 feature coming behind you, the man who waited so long for his big break is right at the top of the tree. Let's look for a moment at the masterful way you deal with another great name of the hair-raising game in this scene from the picture Scream and Scream Again. There is only time for nightmare. It's a very peculiar thing. I don't know whether it's supernatural or just perhaps ecological, but we share the same birthday, May 27th, a few years apart, of course. As Chris will always remind me. But you know, we once celebrated our birthdays together in the Chamber of Horrors at Madame Tussauds. It was a lovely party. But you know, quite seriously, I really welcome this opportunity to be here, Chris, and to pay a tribute to a man who has made a magnificent contribution to a very classic genre of the cinematic art, the horror film, to a warm and wonderful human being and a master of his craft. And if you thought about it, you mean, hey, yo, peace, brother, or anything like that, then it has nothing to do with it. That is not this one of the That is one of the Teufelsgruces. The two know exactly, of which they are talking about. Vor allen Dingen is ja gerade bei denen am Stand oder am Start dieser Film Poor Devil, wo Lucifer von Christopher Lee gespielt wird. Ja, wie offensichtlich muss es denn jetzt noch sein? Und in dem Video habt ihr gesehen, dass Sammy Davis Jr. gesagt hat, ja, er kennt noch die Familie von Chris, also Christopher Lee persönlich, weil er da schon öfters wohl gewesen ist. Der hat Freunde, hm? So, und unten drunter habt ihr nochmal die Erklärung, das zum 30. Mal innerhalb dieser Serie, dass es eben nicht das Zeichen von Winston Churchill ist, der ja auch schon in dieser Sendung oder letzten Sendung auch vorkam. Ja, sondern letzten Endes genau das, was es ist. Und deswegen kann ich nur sagen, auf dem nächsten Foto seht ihr zum Beispiel drei, da seht ihr nochmal zusammen den Peter Cushing mit, der ja eben Dr. Van Helsing spielt, ja, und die lachen sich eigentlich kaputt, weil die dafür bezahlt werden, die Leute zu veräppeln. Ja, und der Herr Sammy Davis Jr. lacht sich noch aus verschiedenen anderen Gründen kaputt, der spielt dann in so total wahnsinnigen Filmen mit, wie zum Beispiel auf dem Highway ist die Hölle los. Muss ich mal ein Bild hier einfügen, habe ich vergessen, aber ist ja echt nicht mehr zu glauben. Ja, wo er dann zusammen mit Dean Martin in einem roten Ferrari 308 unterwegs ist und so tut, als wenn er Magnum für Arme ist oder so. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall kann ich nur einfach so sagen, Hände weg, Finger weg von Sammy Davis Jr. Der lebt ja nicht mehr, der Mann. Ja, aber der ist übrigens auch dieser Sammy Davis Jr. ist übrigens auch, wo wir bald dazukommen, bekannt mit jemandem, der sehr bekannt ist, der sogar eine Bibel geschrieben hat. Das kommt nämlich jetzt. Enrond auch hier, die Weltabatlas schwackt und so weiter, ist auch ein ganz bekannter Roman, aber da will ich jetzt gar nicht reingehen. Guckt euch mal die nächste Seite an, wen der noch so dolle gut findet, der Herr Sammy Davis Jr. Kennt ihr den? Das ist der Mann mit ohne Haare, der früher mal Haare hatte und noch anders hieß. Der nennt sich jetzt Anton Sandor LaVey und hat die Kirche Satans in der Walpurgisnacht 1966 aufgerichtet. Sowas von offensichtlich mitten ins Gesicht, ja, dass das mit einer richtigen Kirche Satans nichts zu tun hat. Und der Mann eigentlich nur ein schlecht bezahlter Schauspieler ist, der sich keinen Friseur hat leisten können. Aber er hat immerhin die satanische Bibel schreiben lassen, weil ich glaube nicht, dass er die selber geschrieben hat. Er hatte auch garantiert seinen Geistschreiber. Entweder hat er jemanden, der ihm die Bibel geschrieben hat oder aber er hat die Automatik empfangen, eins von zwei, aber ich glaube nicht, dass dieser Mensch sich da Jahre dahin gesessen hat und so weiter. Der hatte auf jeden Fall, der hatte Hilfe dabei und wenn wir in die ganze Geschichte mit der Kirche Satans reingehen, dann kommt da Wiederholung. Nee, noch nicht so schnell. Und guck mal, auf dem anderen Bild, was unter dem Sandor LaVey ist, wen er denn da so richtig umarmt. Kennt ihr den? Das ist Bill Cosby. Bill Cosby von der Cosby Show. Bill Cosby, ja? Bill Cosby, nicht Bing. Bing Cosby ist der mit weißer Weihnacht, White Christmas. Das ist Bill Cosby aus der Cosby Show. Der ja auch in den letzten Jahren etwas in die Schlagzeilen geraten ist. Aber das hat andere Gründe. Das hat jetzt erstmal nicht den Grund, dass die beiden jetzt hier denselben Geschmack in Filmen hätten, sondern der Herr Bing Cosby hatte dann wohl Probleme mit Frauen. So und rechts habe ich echt daran gedacht, dass ich jetzt ausgerechnet den Sammy Davis Junior jetzt hier auch noch reingeklebt habe in diesem Spielfilm, wo eigentlich mit Burt Reynolds und mit, ich glaube, mit Pfarrer Fawcett und mit allem möglichen. Jackie Chan, glaube ich, spielt auch noch in irgendeinem Teil mit. Und was spielt der hier auch noch? Ein Priester. Und wisst ihr was? Der hat die Ehrenmitgliedschaft von The Church of Satan, weil er doch so toll einen armen Teufel gespielt hat in eben genau dem Film mit Christopher Lee. Die mögen sich alle, die lieben sich alle, die haben alle dieselbe Agenda. Ja, er ist Ehrenmitglied. Zusammenhang ist es auch nicht. Da ging das hier um die Church of Satan. Das war eben gerade nicht deutlich. Ich habe das hier runtergeblendet. Wir hatten ja hier das Bild gehabt von dem Anton Sando LaVe. Nee, das kommt unten runter, das Bild. Ja, ist ja egal. Und hier standen halt Ehrenmitglieder. Also du meinst hier Ehrenmitglieder der Church of Satan, Marilyn Manson, den Sänger, den wir auch kennen und so weiter und so weiter. Also von daher noch mal interessant, dass wir da noch mal kurz drauf eingehen. Ja, hier kennen wir auch. Mark Almond dürfte auch bekannt sein. Tears from the Ring, Mark Almond, ein Teil von dem Duo Soft Cell, Tainted Love. Ja, der dritte, vierte von oben. Ja, ja. Ja. Ganz bekannter Sänger. Ja, ja. Ach, das ist, da sind so viele Leute, die da mit zu tun haben, das kann man sich, kann man sich gar nicht, gar nicht vorstellen, was da alles. Nee, der Punkt war nur, hier stand halt Ehrenmitglied und ich wusste nicht wovon. Und jetzt wissen wir, aha, okay, es geht also um Ehrenmitglied. Da haben wir eine Dachdach, genau. Du kannst doch nicht an alles denken. Nee, es ist immer das nach, weil 2.400 Seiten, das ist so viel. Nur es ist ja interessant, dass also gerade der, der Sammy Davis Junior immer diese komischen Rollen hat. Also, der Dean Martin spielt da übrigens auch einen Priester. Das Problem ist, dass Dean Martin die Rolle sehr, sehr glaubwürdig spielt, weil der Priester da immer betrunken ist. Aber gut, also, ne, Sammy Davis Junior, bitte nicht unterschätzen, welche Kontakte der Mann hat. Das ist einer der absoluten Showgrößen in den USA, der 50er, 60er, 70er, 80er und weiß der Geier, weiß er nicht, ganz egal. Ja, weil Christopher Lee war ja auch zu diesen Zeitpunkten in den 70ern endlich mal in die Staaten geflogen, war ja durch die Billy Wilder, seinen Regisseur, ne, manche mögen es heiß, mit Mary Monroe, haben wir ja schon benannt, da ja auch Kontakte bestanden haben. also von daher wollte der Herr Lied an mich eben dann die internationale Karriere mal auf dem anderen Seite des Teiches, da wo es ein bisschen wärmer ist, wollte mal ein bisschen Farbe bekommen, aber hat halt so nicht so geklappt. Also die Leute haben gesagt, nee, als Geheimdienster, der immer irgendwie so 1,96 groß ist und so blutrünstige Heulen mag und der auf Exekutionen steht, da bist du besser im Horrorfach so untergebracht. Wir können dich hier nicht als Romeo irgendwo einstellen. Geht eben nicht. So, wenn wir jetzt nochmal eben kurz gucken, wir haben ja gesagt, ein paar Minuten haben wir ja noch, so Sammy Davis Jr., ja, da hat er Beispiel, da gehen wir noch in diesen Film rein, hier, Pooh Davis, wirklich, ja, mit Abstand betrachtet, mit Abstand von 50 Jahren, betrachten natürlich, ist irgendwie so ein bisschen unlustig, aber eigentlich schon lustig, hat sie eine groß, große Kette mit irgendeinem Brillanten oder irgendetwas Ähnliches. Ich hab die mal versucht, aus so einem Auktionshaus hier, Heritage Auctions, mal etwas größer zu kriegen, aus diesem Film, den er da getragen hat. Da sehen wir unten drunter, als kleineres Bild, sehen wir dann eben dann den Christopher Lee, der da als Lützi versetzt, guckt euch mal das an, warum der Anton Sandor Lave ihm gesagt hat, boah, du kriegst, ja, wir kommen bald zu der Geschichte, dass Christopher Lee zugeben wird, dass er in Kontakt gestanden hat zu Anton Sandor Laves, Church of Satan, weil der Anton Sandor gesagt hat, also du bist so ein toller Teufel, dir schenke ich ein Exemplar meines Buches. Und daraufhin hat Christopher Lee gesagt, ich weiß gar nicht, ob der das mit seiner Kirche so echt meint, aber, wenn man sich das Symbol, dieses satanischen Pentagrammes, in diesem Film, Poor Devil, hinter den Christopher Lee, das ist er dann wirklich anguckt, ja, dann weiß man auch, warum der Anton Sandor Lave das so toll gefunden hat. Und dann gibt es auch noch zwei Teufelzörner und der Mann hat rot-schwarz und der hat schwarze Leuchten und hast du nicht gesehen, alles dann so richtig schön da, dass der Anton Sandor Lave gesagt hat, ja, also den würde ich sofort verpflichten, ja. Da haben sich zwei Schauspieler gefunden, der Christopher Lee und der Anton Sandor Lave. Und ich sage jetzt auch mal, der Anton Sandor Lave als Gründer der Kirche Satans, der wusste auch mehr, als er gesagt hat. Ich habe kein besseres Bild, weil es ein alter Film, seht mir das nach, das ist von YouTube jetzt ja kopiert, aber damit ihr mal seht, also der Christopher Lee kommt aus dieser Rolle nicht mehr raus. Gekreuzte Hände, armer Teufel, guckt euch das Symbol an, was er da hat. Er hat da so ein Pentagramm, beziehungsweise so ein Pentazirkel, weil der Zirkel wird gebildet durch ein Venus-Symbol, also die teuflische Venus. Sind wir hier in der Genda-Agenda oder wie? Und daneben seht ihr dann den Sammy Davis Jr., der so Größenvergleich so ein bisschen, naja, also ablost, würde man dann so in korrekten Teenie-Deutsch sagen. Oder zerstört wird. Und dieses Symbol, dieses Pentagramm kommt ja aus dieser Venus-Umlaufbahn um die Erde aufgrund der stationären Phasen, die sie hat. Und das erklärt dann eben dieses Pentagramm. Deswegen ist es natürlich dann auch dann zwangsläufig richtig, dass eben der dann so ein Venus-Symbol dann halt um seinen Hals trägt, mit einem Pentagramm da drin. Die beschreibt dann auch so eine Schleifenform, weswegen dann auch quasi dann so die Rose und so weiter, Venus, die Rose der Perfektion. Da habt ihr auch eine andere Allegorie auf Venus-Satan. Wenn ihr jemand sagt, wieso Venus, hat doch nichts mit Satan zu tun, ja, Venus ist eine römische Götzeneinheit, die es nicht gab. Da habt ihr mal eine andere Form von einem Pentagramm. Das sieht eine Form einer Blüte so völlig unverdächtig aus, oder? Ist doch einfach nur schön. Ja, sagen sich andere auch, die beispielsweise so Kirchenfenster und so gestalten. Ich finde das auch alle ganz toll. Das sind dann so Künstler am Werk, die dann eigentlich so wissen, was sie zu tun haben. Aber ich weiß halt nicht, wer den Auftrag immer gibt darüber. Und wie gesagt, unterschätzt mir solche Leute wie Samy Davis Jr. nicht. Der ist vom Beruf Entertainer. Der ist also dafür ausgebildet und dafür wird er bezahlt, um Leute dumm zu halten. Eindringen und mental verderben. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der als Entertainer ganz gut zu Soft Cell mit Tainted Love irgendwo passt. Der hat zu Mark Arndt gesagt, boah, super, du hast einen Miet über die Sachen gemacht, die ich eigentlich beruflich mache und niemand versteht eigentlich die ganzen Sachen. Also die passen alle zur Church of Satan. Und dieses Ehrenmitglied, der Church of Satan, der Kirche Satans, um fast jetzt hier den Abschaffer des Goldstandards, den Richard Nixon mit seiner Watergate-Affäre, die garantiert auch nicht zufällig rausgekommen ist, sondern das war, wenn man den ganzen anderen Sachen glauben darf, die wir mit herausgefunden haben, dann wohl auch nur extra wohl deswegen aufgeflogen ist, um den wieder rauszubuxieren. Also damit meine ich jetzt hier den Herrn Nixon. Ja, und jetzt sind wir hier genau in diesem Bereich, wo wir sagen können, bäh. Ja, und genau dieser Bereich, der so bäh ist, den findet der Herr Anton Zanola Vey und der Herr Sammy Davis Jr. toll. Und Christopher Lee als Lucifer in Armer Teufel. Direkt mit Flammen im Hintergrund. Was macht der da? Der macht kein I love you Zeichen und wenn das I love you heißt, dann heißt das I love you Devil. Er ist als armer Teufel hier benannt. Aber Teufel ist eigentlich nur ein anderer Name von Satan und Satan ist die Berufsbezeichnung, die dann geschaffen worden ist, als Lucifer eben dann nicht mehr war. Ist aber dasselbe Wesen. Also der Teufel ist jetzt hier niemand anders als Lucifer. Lucifer ist nicht mehr benannt. Also eigentlich Luciferianismus, Lucifer ist eigentlich immer ein Etikettenschwindel. Gibt es nicht mehr. Nicht mehr wieder wählen, gibt es nicht mehr. Ist nicht mehr da. Ja, aber der Herr Christopher Lee, nachdem er dann eben gedacht hat, ich gehe mal nach USA rüber, gehe mal über den großen Teich. Er hat sich dann auch noch engagiert für das Kinderhilfswerk UNICEF mit und wofür er von der Organisation das Kino für den Frieden geehrt worden ist. Cinema for Peace. Auf der Welt sterben jedes Jahr Millionen Kinder. Da sei man einfach gefordert zu helfen, sagte der 2009 zum Ritter geschlagene Sir Christopher Lee. Und der muss das ja wissen. Ja, aber dass 500.000 irakische Kinder wegen der Sanktionen gegen Irak gestorben sind, das war ja den Preis wert, hat Madeleine Albright gesagt. Hat er wahrscheinlich nicht gewusst. Also anscheinend sind das hier andere Millionen Kinder als die halbe Millionen in den Iraken. Ja, das ist ja irgendwie, ne, also versteht ja jeder. Wir sterben auch an Unterernährung jedes Jahr Kinder. Ja, aber dafür setzen die Weltwirtschaft nicht stopp, wie jetzt für diesen komischen Virus, ne. Es gibt so viele Dinge, wofür sie das nicht machen, ne. Genau. Aber wie gesagt, da gab es noch ein Kino für den Frieden und deswegen hat man da natürlich auch direkt eine Taube als Friedenssymbol dann quasi da benannt. Cinema for Peace, eine 2002er-Initiative. Ist das der Schröder da? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Das sieht aus wie der Schröder. Ne, nur auf den ersten Blick kann er nicht sein, aber sieht so aus. Also Cinema for Peace ist eine Initiative, die 2002 von Jakar Bicil als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September ins Leben gehofen wurde. Klar, da käme ich auf keine andere Idee als ein Kino für Frieden. Ja, ein Zusammenstoß von Philanthropen, die humanitäre Projekte eine Plattform bietet. Das spart mir aber richtig Böses. Wenn ich von humanitären Projekten und engagierten Filmemachern und Philanthropen, es gibt ganz viele Menschen, die bezeichnen sich als Retter der Menschheit oder als Menschenfreunde. Auch Kannibalen sind Menschenfreunde. Ja, sie lieben die Menschen so sehr, dass sie sie sogar aufessen. Ja, ja, genau. Die haben sie zu fressen gern. Also von daher... Ein ganz großer Menschenfreund ist doch der Herr Bill Gates. Der will ja alle Menschen retten, dadurch, dass er sie impfen lässt. Ja, ja, da trägt er seinen Namen auch zu Recht, Gates. Ja, Torwächter. Ja, ja, genau. Ja, ja, und bei Madame Tussauds gibt es dann also auch entsprechende Menschen. War ja der Christopher Lee zusammen mit Vincent Price, also die zwei riesengroßen Hollywood-Hörerbösewichte, da mal zusammen gefeiert haben. Also wenn man da feiert, ja, da kann ich dann nur sagen, dann hat man aber einen ganz, ganz morbiden Geschmack, wenn man dann mitten unter Wachsfiguren feiert. Ich hoffe mal nicht, die haben da ein großes Feuerwerk gemacht. Dann wäre die Madame Tussauds wahrscheinlich total beleidigt gewesen. Diese ganzen Wachsfiguren in den Kabinetten, haben die eigentlich ein Dock drin, dass man die mal anzünden kann? Naja, auf jeden Fall wollte ich dazu sagen, also da gab es auf jeden Fall mal eine Feier, aber das habt ihr dann sicherlich in den Videos schon gesehen, wenn ich daran gedacht habe, das hier einzufügen. Also das ist ja auch, diese Wachsfiguren-Sammlung hat übrigens auch direkt ein Pentagramm auf dem Plakat, wollte ich nur mal mitteilen. So, jetzt gucken wir uns noch drei Minuten an, die anderen Geschichten, die jetzt hier kommen, als Überleitung für die nächste Sendung, denn dann geht es dann wirklich los. Endlich geht es dann wirklich los zu den Sachen, die ich eigentlich am Anfang machen wollte, so eine Christopher Lee, weswegen ich jetzt schon irgendwie so 25 oder 27 Sendungen vorher gebraucht habe. Das ist unglaublich. Ja, ja, St. Mary's Roman Catholic Church, klar. Ja, da siehst du das Pentagramm. Das hatten wir schon mal, nämlich aus der Aberlesung. Weil nämlich Aberda auch in diesem Madame Tussauds Wachsfiguren-Kabinett ist. So, jetzt guckt euch mal an, was der für eine Scherpe trägt. Der hat entsprechende Freunde auch. Der ist nicht weit weg von den Leuten aus dem Geheimdienst. Eddie Murphy hat mal gesagt, also Eddie Murphy ist jetzt auch nicht die glaubwürdigste Quelle unserer Beverly Hills Cop, der er ja nicht ist, aber Eddie Murphy hat mal gesagt, dass Sammy Davis Jr. ihm mal erzählt hätte, dass er also wirklich den Teufel verehren würde. Und ich meine, mit dem Foto, mit der Pose und mit dem Umhang. noch fragen, Kienzle. Ich glaube, mit dem Foto werden wir jetzt mal enden. Weil das Foto ist, weil das Foto ist, glaube ich, ganz gut, um den Geheimdienst abzuschließen. Ich sage mal so, im Geheimdienst sind mehr Menschen, als man glaubt. Und im Geheimdienst sind garantiert auch ganz viele Menschen aus der Unterhaltungsindustrie. Die kommen nämlich rum. Und das, was der Geheimdienst macht, ist Informationen sammeln. Die wissen ganz genau, wer was weiß. Oder wer mit wem. Und die wissen auch ganz genau, was wir wissen. Oder was wir machen. Die haben nämlich ein Dossier garantiert. Heutzutage geht alles digital. Wir reden nicht mehr über die 40er Jahre mit IBM, noch Streifen- und Schreibmaschinen-Tipperei. Die wissen ganz genau, was habt ihr da runtergeladen. Was habt ihr euch angeguckt. Oh, ihr habt die satanische Musikagenda geguckt. Oh, da seid ihr schon verdächtig. Das müsst ihr mit rechnen im jetzigen Informations- und Überwachungszeitalter, was da auf uns zukommt. Irgendwann später sind die Leute im Vorder, die ihr ganzes Leben lang Teletubbies geguckt haben. Dummheit kann auch für viele Dinge schützen. Aber auch nur in diesem Leben. Wenn man aber dann wirklich irgendwann mal festgestellt hat, wie der Hase läuft in diesem Leben, dass dieses Leben letzten Endes dann wirklich nur eine Durchgangsstation ist, ist es vielleicht dann auch mal ganz schön, dass ihr dann eine Zukunftsperspektive habt, wenn ihr dann wisst, Moment mal, das ist in dieser Welt nur deswegen so schlimm, weil diese Welt mit einem ganz großen Anteil von Menschen bestückt ist, die eben alle im antichristlichen Geist rumlaufen und letzten Endes in diesem Leben Ruhm und Geld und Macht hinterherhächeln und dafür ihre Seele verkaufen. Und ich glaube nicht, dass wir den Herrn Sammy Davis Jr. da Unrecht tun, wenn wir genau das von ihm vermuten. Denn der Mann ist wirklich in allen möglichen Rollen, die der übernommen hat und mit allen möglichen Dingen, die der gemacht hat in seinem Leben, garantiert mit ganz vielen, ganz bösen Menschen zusammengekommen. Und ich meine jetzt nicht den Eddie Murphy damit. Ich meine auch nicht den Christopher Lee damit. Aber die beiden scheinen sich ja auch gut zu verstehen, denn die beiden sind noch privat befreundet gewesen. Also wissen wir jetzt schon, der Herr Christopher Lee ist mit einem Ehrenmitglied der Kirche Satans befreundet gewesen. Der Christopher Lee ist auch mit jemandem befreundet gewesen, der einen Umhang trägt, der souveränen Malteserritter. Also haben wir einen weiteren Baustein. Und mit diesem Baustein haben wir jetzt eine Information, dass es irgendetwas mit Anton Zahner-Lavé zu tun hat oder mit Sammy Davis Jr. zu tun hat, wenn wir in der nächsten Sendung endlich mal genau da reingehen, wo der Herr Christopher Lee denn so seine Verbindungen her hat und was der Herr Christopher Lee denn so über die dunkle Seite zu erzählen hat. Und da freue ich mich jetzt echt drauf, dass wir endlich dann mal zu dem Höhepunkt der Christopher Lee-Geschichte dann endlich mal in den nächsten weiß ich nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Sendungen kommen. Wenn es mal so wirklich dann kommt, dass man sieht, wer da mit wem zusammenhängt und dass es alle letzten Endes sich untereinander kennen, dass es alles eine große Familie ist und der Herr Christopher Lee sich dann ganz entspannt zurücklegen konnte in den ganzen über 90 Jahren seines Lebens und sagen konnte, mir kann nichts passieren, ich komme aus einem adeligen Geschlecht, ich habe sowieso genug Verbindungen, ich habe immer Vitamin B, ich komme damit durch und ein Großteil der Menschen da draußen, die glauben nur, ich wäre ein einfacher Schauspieler und dann kann er nämlich dann ganz in Ruhe reden, weil er ganz genau weiß, er hat genauso viele Menschen in hohen Positionen, die ihm helfen können, dass selbst wenn er mal irgendeinen Fehler macht, da nicht so dran ist wie ihr, wenn ihr dann plötzlich, keine Ahnung, irgendwo draußen mal auffallt oder vielleicht mal das Falsche sagt. Deswegen gibt es genug Menschen, die richtig Vitamin B haben und Sammy Davis Jr. und Christopher Lee, die waren da zwei von. Die haben nicht nur Vitamin B gehabt, die haben auch Vitamin S gehabt. Die haben nämlich auch unter der Ägide Satans gehandelt. Deswegen heißt diese Serie Satans Medienagenda. Die haben nicht umsonst in diesem Film damals den Lucifer und den armen Teufel gespielt. Poor Devil ist ja schon eine Verharmlosung. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch müde vom Erklären von zwei Sendungen. Ich gebe mal ab an den Jörg und ich hoffe, wir sehen euch dann wieder in der nächsten Sendung, wo es dann wirklich um die Abgründe geht, wovon uns dann der Herr Christopher Lee berichten wird. Und ich glaube, dann kommen wir in Geschichten, die, glaube ich, in diesem Format auf YouTube nirgendwo gekommen sind. Bis dahin, lest eure Bibel und hört dem Jörg zu. Ja, der Jörg, der ist die ganze Zeit überlegen, als wir am Anfang der ersten Sendung waren, genau, hier, da kam das Zitat, wir denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, Geheimdienste, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns und so weiter und so weiter. Nein, der Punkt, den ich machen wollte und auf den ich nicht mehr kam, war hier aus Lukas. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Entschuldigung, dass ich es hier zu lange habe, scrollen müssen, müssen wir sie zu dem Punkt haben. Ich hatte, als Michael anfängt mit seinem Schlusswort, habe ich gesagt, den Spruch will ich bringen, da hatte ich ihn auch noch im Kopf, dann habe ich dem Michael zugehört und dann ist er mir entfallen. Hier haben wir ihn jetzt noch mal im Bild prominent eingeblendet. Lukas 11, Ne, das ist gar nicht Lukas 11, 16 oder was. Auf jeden Fall, hier der 16. Vers, Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Welche Verfolgung, welche Drangsal, welche Folter, welche Drohung sie euch gegenüber auch aussprechen oder euch antun. Es kann euch alles nichts anhaben, wenn ihr Jesus Christus habt. Wenn ihr ein Licht habt und ein Licht in diesem Punkt ist die Wahrheit, Jesus Christus ist das Licht der Welt, Jesus Christus ist die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben und niemand kommt zu Warte, außer durch mich. Genauso wie er immer sagt, wenn ihr das Licht habt, wenn ihr die Wahrheit habt, dann seid ihr verpflichtet, diese Wahrheit den Menschen auch zur Verfügung zu stellen. Im Englischen hat Tom einen Satz geprägt, den ich auch gerne mal ins Deutsche übersetze, der im Englischen Original heißt Knowledge requires responsibility. Das ist genau das, was hier in der Bibel bereits drin steht, nur anders gesagt. Knowledge requires responsibility. Also Wissen fordert Verantwortung. Ihr habt Verantwortung, wenn ihr diese Videos gesehen habt. Ihr habt mit diesen Videos Wissen bekommen, das unter anderem auch auf der Bibel sich basiert, weil wir hier ja die Werke des dunklen Meisters dieser Welt aufdecken. Das können wir nur tun, weil wir die Wahrheit kennen, nur weil Michael gut in der Bibel ist und weil er gut weiß, was die Wahrheit ist, kann er euch aufzeigen, was die alles hier auf dieser Welt machen, dass das eben nicht ehrlich ist, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass das Lüge ist, dass das Dunkelheit ist, dass das Betrug ist, dass das Mord ist und so weiter und so weiter. Und deswegen zündet er, Michael und ich, mit diesen Sendungen ein Licht an und wir bedecken es nicht, sondern wir stellen es auf einen Leuchter, damit ihr, die hier hereinkommt, die ihr dieses Video einschaltet, seht, das Licht seht, diese Wahrheit seht und dadurch in dem Moment, wenn ihr es seht und begriffen habt, habt ihr dieselbe Verantwortung, dieses Wissen, das ihr euch erworben habt, durch diese Videos zu schauen, durch diese Dinge zu studieren und vor allen Dingen durch die Bibel zu lesen, habt ihr die Verantwortung, eben auch das Wort in die Welt zu tragen. Deswegen hat Jesus Christus uns aufgetragen, das Wort, die gute Nachricht, das Evangelium in die ganze Welt hinaus zu tragen und einer jeden Kreatur zu predigen. Und das ist die Botschaft, mit der ich heute enden möchte, nach 205 Sendungen. Die Erkenntnis, das Wissen, das ihr aus diesen Sendungen gewonnen habt, das verpflichtet euch dazu, um das weiterzutragen, um das anderen Menschen auch zu sagen, um dafür zu sorgen, dass ihr zeigen könnt, weil an ihren Früchten, werdet ihr sie erkennen, steht geschrieben, dass ihr eure Mitmenschen auch lieb habt. Denn nur, wer seinen Nachbarn liebt, der warnt ihn doch vor dem LKW, der hinter ihm mit 150 Kilometern angerauscht kommt und er ihn nicht sieht, oder? Denkt da mal drüber nach. Meine Schlussworte für heute. Lest eure Bibel. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us and who knoweth us? So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from Him. God is grieving, He knows and He's seen. Isaiah 29, verse 15. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us and who knoweth us. The eyes of the Lord are everywhere, beholding the evil and good. Walk in the light, don't try to hide from the Lord. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us and who knoweth us. And who knoweth us.